Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Ich habe mich übrigens auch sehr gefreut, dass so viele unter das Video von Ulrich Nacken kommentiert hatten, weil ich hatte euch in dieser Folge nämlich gebeten, damit eben meine Videos mehr Reichweite bekommen, damit mehr Leute auch auf die Kriminalfälle aufmerksam werden, fleißig zu liken, zu kommentieren, eben den Algorithmus so ein bisschen zu pushen. Wenn ihr mal wollt, könnt ihr die Videos auch mal irgendwo teilen, falls mal ein Fall zum Beispiel in irgendeinem Forum oder so vorgestellt wird. Manchmal bietet sich das ja an. Also ich freue mich wie immer da über fleißige Kommentare oder auch Likes oder so von euch, auch auf den Podcastportalen oder bei Instagram. Ich hatte auch abstimmen lassen ja bei YouTube und auch bei Instagram. Über den Fall Rebecca Reusch, ob ihr euch den vorstellen könnt, auch von mir zu hören. Das Ergebnis war relativ eindeutig. Ich werde da auch einen Fall drüber machen. Manche haben gesagt, das ist ja schon ausgelutscht oder ich soll noch warten. Aber bis dieser Fall abgeschlossen wird, ihr Lieben, bis ein Prozess stattfindet und überhaupt vielleicht jemand verurteilt wird, wenn das überhaupt zeitnah passiert, da wird sehr, sehr, sehr viel Zeit ins Land gehen. Und viele haben mich gefragt, warum ich das überhaupt gerne machen möchte. Und der Grund ist einfach für mich, das ist ja mein Kanal und ich muss ja auch Fälle machen, für die ich brenne. Sonst macht das Ganze ja keinen Spaß. Fälle, die mich selber ansprechen, dass ich die gerne vortragen möchte. Weil ich merke das manchmal auch bei Fällen, die ich zum Beispiel geschickt bekomme oder mir durchlese. Es gibt spezielle Fälle, die mich nicht so anspornen zu arbeiten. Und dann arbeite ich damit halt auch nicht gerne. Und Rebecca oder auch Frauke Liebs sind Fälle, die ich einfach so sehr, sehr gerne euch mal vorstellen würde. Genauso wie den Fall Inga. Aber diese drei Fälle, Frauke Liebs, gibt es ja schon. Da wird es aber dieses Jahr noch eine Neuauflage von geben. Auch mit Videoaufnahmen von den Tatörtlichkeiten teilweise, zumindest Ablageort und auch den Pub oder auch wo Frauke gewohnt hat und so weiter. Und das sind eben Fälle, für die ich brenne, die ich sehr, sehr gerne mache. Und deswegen möchte ich die halt umfangreich euch vorstellen. Das wird dann keine 20-Minuten-Folge, sondern die werden deutlich länger. Aber jetzt genug geschnackt. Heute gibt es einen Fall für euch, einen Vermisstenfall, mal wieder eines Kindes oder eines Teenagers, wie auch immer. Ein sehr, sehr trauriger Fall. Ja, wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran. Heute möchte ich euch nämlich über einen Vermisstenfall aus dem Jahr 1998 berichten. Also auch schon wieder sehr, sehr lange her. Und dieser Fall hat mich mal wieder sehr persönlich berührt aufgrund der Hintergründe in diesem Fall. Nicht so der Vermisstenfall selber, weil darüber gar nicht so viel bekannt ist. Ich weiß nicht, warum es dazu nicht so viele Infos gibt. Vielleicht, weil es in den 90ern passiert ist. Aber ich habe es so gut es geht versucht, für euch aufzuarbeiten. Es geht um Mandy Schmidt, die seit dem 11. April 1998 vermisst wird. Mandy war damals erst 13 Jahre alt, einst 62 groß und schlank und sie hatte dunkelblonde, schulterlange Haare und grau-grüne Augen. Und Mandy wohnte in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Sie hat damals die elterliche Wohnung in Halle verlassen und wurde am gleichen Tag gegen 14 Uhr das letzte Mal lebend gesehen. So heißt es und zwar in der Dieselstraße, laut mehreren Berichten. In ein paar Berichten wird auch davon berichtet, dass von einer Tankstelle die Rede sei, wo man sie das letzte Mal gesehen hat. Ich schätze mal, dass die auch in der Dieselstraße sein könnte, diese Tankstelle. Dort gibt es laut Google Maps nur eine Tankstelle und das ist die Star-Tankstelle, die es möglicherweise gewesen sein könnte. Vielleicht hieß die aber auch damals noch anders. Das weiß ich leider nicht, weil ich nicht aus Halle an der Saale oder generell aus Sachsen-Anhalt komme. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Und die Polizei startete damals eine große Suche nach Mandy. Hundertschaften durchkämmten die Dolauer Heide. Es kreisten über Tage Hubschrauber über dem Stadtgebiet und es gab natürlich auch Plakataktionen. Und auch in einer TV-Sendung im September 1998 soll der Fall Mandy Schmidt ein Thema gewesen sein. Welche Sendung das allerdings war, das wurde in den Presseberichten jetzt nicht erwähnt. Laut XY-Wikipedia, wo ja alle Folgen von XY drinstehen, wurde das scheinbar nicht bei Aktenzeichen XY gezeigt. Vielleicht weiß ja jemand von euch, in welcher Sendung das damals gewesen ist. Ich habe es leider nicht rausfinden können. Und damals gingen nach dieser TV-Ausstrahlung 30 Hinweise bei der Polizei ein. Und Zuschauer wollten Mandy in Berlin, Hamburg oder auch Bielefeld gesehen haben. Aber greifbare Ergebnisse gab es allerdings leider nicht. Auch eine komplette Gartenanlage hat man damals durchsucht. Auch mit einem Bodenradar. Aber das Ergebnis fiel negativ aus. Und dann gab es auch noch einen anonymen Hinweis. Dadurch suchte man im Februar 2000 den Sandersdorfer Busch bei Bitterfeld, ebenfalls mit Hundertschaften. Angeblich sollte Mandys Leiche dort liegen, aber gefunden hat man Mandys Leichnam dort nicht. Auch keine Kleidung von ihr oder solche Sachen. Das war also auch eine Trugspur. Und es gab auch noch andere Spuren im Fall Mandy Schmidt, die in eine andere Richtung hingedeutet haben. Zeitweise wurde nämlich angenommen, dass Mandy zur Kinderprostitution gezwungen worden sein könnte. Vier Jahre nämlich nach Mandys Verschwinden tauchten im Internet Fotos auf von einem Mädchen, das sehr große Ähnlichkeit mit ihr hatte. Und dieser Hinweis wurde dann auch sehr umfangreich und akribisch vom Bundeskriminalamt untersucht und überprüft. Auch mit spezieller Software und Abgleichen eben vom Gesicht. Und dabei stellte man aber letztendlich fest, dass es sich dabei nicht um Mandy gehandelt hat. Die Eltern damals haben allerdings gesagt, das sieht ja aus wie Mandy, das Foto. Übrigens ebenfalls im Fall Deborah Sassen gab es sowas damals. Da stellte sich aber auch raus, dass das nicht Deborah war, obwohl die Mutter davon extrem überzeugt war. Manchmal sehen sich Kinder ja auch sehr, sehr ähnlich. Aber auch im Fall Mandy war das nicht Mandy, die eben dort gezeigt worden ist. Und Mandys DNA, die hatte man schon relativ früh zu Anfang gesichert mittels einer Zahnbürste und einem Haarkampf von ihr. Aber nie hatte man zum Beispiel bei unbekannten Toten, worunter ja leider häufig auch mal Kinder fallen, ihre DNA gefunden, auch nicht im Ausland oder so. Was ja auch offensichtlich wäre, dass sie eventuell sonst ins Ausland hätte gebracht werden können, ihr Leichnam beispielsweise. Aber da ist auch nie ein Kind gefunden worden mit ihrer DNA. Und leider muss Mandy sich auch offensichtlich in ihrem so jungen Leben auch in keinem guten Umfeld befunden haben oder bewegt haben. Was mich persönlich auch sehr betroffen gemacht hat, das ist das, was mich in diesem Vermisstenfall sehr bewegt hat, muss man sagen. Ihr werdet es jetzt gleich hören und euch dann euer eigenes Bild darüber machen können. Denn auch der Schwager von Mandy rückte ins Visier der Ermittler und das schon recht zu Anfang. Leider wird er auch nicht der Einzige in diesem Fall bleiben. Einen Monat nämlich, nachdem Mandy verschwunden war, hatte man den 24-jährigen Schwager festgenommen. Er hatte gestanden, Mandy sexuell missbraucht zu haben. Mandy war 13 und er 24. Sie sei in seinen roten Kadett eingestiegen und zwar auch an dem Tag, wo Mandy tatsächlich verschwunden ist, am 11. April 1998. Und Spuren in seinem Auto bewiesen auch, dass es dort zum sexuellen Missbrauch gekommen ist. Auch Mandys Haare wurden im Kofferraum gefunden. Erinnert mich so ein bisschen an den Fall Rebecca. Aber mit dem Verschwinden von Mandy will der Schwager nichts zu tun haben. Er habe sie später nur abgesetzt, nachdem er sie sexuell missbraucht hatte, also mit dem Auto irgendwo abgesetzt. Außerdem räumte der Schwager ein, Mandy vor ihrem Verschwinden bereits Weihnachten 1997 schon einmal missbraucht zu haben, als er mit ihrem Auto zum Hufeisensee gefahren ist. Noch während des Prozesses gegen ihn durchkämpften auch Hundertschaften den Hufeisensee. Man wollte da natürlich versuchen, nachdem Mandy ja verschwunden war und es nur den Missbrauch erstmal gab, den man verurteilen konnte, in der Zeit noch eine Leiche zu finden. Dann hätte man den Schwager vielleicht nicht nur wegen sexuellen Missbrauchs verurteilen können. Und wie ich euch ja anfangs schon sagte, durchsuchte man ja am Anfang auch die Dolauer Heide. Dort sei es nämlich an dem Tag, wo Mandy verschwunden ist, zum letzten sexuellen Missbrauch an Mandy durch ihren Schwager gekommen. Und dann ist sie ja, wie gesagt, verschwunden, nachdem er sie irgendwo abgesetzt hat. Vermutlich an dieser Dolauer Heide, aber ganz klar ist das irgendwie nicht, weil sie ja auch in der Dieselstraße noch gesehen wurde. Und Mandys ältere Schwester war zu dem Zeitpunkt hochschwanger und deswegen hätte der Schwager von Mandy ihr Geld gegeben für den sexuellen Missbrauch und hätte eben dann mit Mandy Sex gehabt, weil die Schwester schwanger gewesen sei. Also wenn man sich das jetzt mal so anhört, kann man auch nur mit dem Kopf schütteln, finde ich. Und der 24-jährige Schwager weiß, alle Schuld von sich. Für Mandys Verschwinden will er nicht verantwortlich sein. Und Beweise für eine Straftat, also den Mord an Mandy, konnte man leider nicht finden. Und der Schwager wurde dann nur, in Anführungszeichen, nur natürlich wegen sexuellen Missbrauchs von Mandy zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. In einem anderen Bericht ist von einer dreijährigen Haftstrafe die Rede. Was davon jetzt genau stimmt, weiß ich leider nicht. Es wurde aber vermehrt über die Bewährungsstrafe in den Medien berichtet. Ich gehe leider auch von der Bewährungsstrafe aus, da das ja häufig der Fall ist bei Kindesmissbrauch in Deutschland. Aber wie gesagt, ich weiß leider nicht genau, was von den beiden Angaben der Wahrheit entspricht. Ich wollte es also beides euch dann eben vortragen. Und laut Urteil wiege die Schuld des Schwagers schwer, da der Missbrauch an Mandy auch von langer Hand geplant worden sei, hieß es. Mittlerweile ist die Strafe natürlich längst abgesessen. Es ist jetzt über 20 Jahre her und Mandy ist immer noch verschwunden. Und leider spielt auch Mandys Vater, ich nenne es mal eine Rolle, denn Mandys ältere Schwester belastete damals nach dem Verschwinden von ihr den Vater bei den Ermittlungen schwer. Die Schwester hat ausgesagt, dass Wolfgang S., Mandys Vater, sie als Kind über Jahre hinweg missbraucht habe, also die Schwester missbraucht habe, nicht Mandy. Genauer gesagt vom 5. bis zum 10. Lebensjahr gibt sie an. Des Weiteren soll sie gesagt haben, dass sie davon überzeugt sei, dass der Vater mit Mandys Verschwinden zu tun haben könnte. Ich glaube nur, der Missbrauch an Mandys Schwester wurde nie vor Gericht gebracht, zumindest konnte ich darüber nichts finden. Aber wäre der Missbrauch jetzt wirklich angeklagt worden und es gab eine Verurteilung in dem Fall, könnte man ja davon ausgehen, dass der Missbrauch vielleicht nicht nur an der Schwester stattgefunden haben könnte. Wie gesagt, bewiesen ist davon nichts, ich will ja auch niemanden beschuldigen, aber wenn man sich mit der Materie öfters mal beschäftigt, sind das ja meistens keine Einzelfälle. Und die Polizei überprüfte damals natürlich auch die Akten zum Fall Mandy, besonders dann natürlich mit Blick auf den Vater nach dieser Missbrauchsaussage der Schwester. Dieser hatte nämlich im Hinterhof seines Hauses nach Mandys Verschwinden so eine Art Grabstelle angelegt, die er auch täglich besuchte, bis er verhaftet wurde, wozu wir gleich noch kommen. Und die Nachbarn erzählten, das sei nur ein Platz zum Trauern. Das kann natürlich auch sein, wenn die Tochter lange Jahre verschwunden ist. Da ist nicht er der Erste oder die Familie nicht die Ersten, die so eine Trauerstelle, sage ich mal, errichten. Aber im Zuge neuer Ermittlungen wurde die Kripo auch dann erst auf diese Grabstelle aufmerksam und diese wurde natürlich genauestens untersucht. Aber auch wenn Mandys Schwester natürlich den Vater sehr belastete und man davon ausgehen könnte, dass Mandy vielleicht auch missbraucht worden sein könnte, konnte man aber letztendlich weder den Schwager noch den Vater für Mandys Verschwinden verantwortlich machen. Dass der Schwager Mandy missbraucht hat, das steht zweifelsfrei fest, aber dass der Vater oder wie gesagt der Schwager etwas mit dem Verschwinden zu tun haben, konnte man nicht nachweisen. Was man aber Mandys Vater im Jahr 2016, also ein sehr, sehr weiter Zeitsprung nach vorne, nachweisen konnte, war, dass der 63-Jährige des sexuellen Missbrauchs sich schuldig gemacht hat an zwei Mädchen. In seinem Prozess räumte er die Taten auch grundsätzlich ein. Er hat demnach zwischen Januar 2006 und April 2009 ein damals zu Beginn erst siebenjähriges Mädchen missbraucht. Später verging er sich dann noch an einem weiteren Kind, auch ein Mädchen, das zum Tatzeitpunkt acht Jahre alt gewesen ist. Das war aber erst ungefähr 2015. Er hatte sich in beiden Fällen als eine Art Ersatzoper angeboten. Er betreute die Kinder dann in der eigenen Wohnung stundenweise. Zum Missbrauch sei es dann immer gekommen, wenn die Ehefrau nicht da war. Auch hatte er bei einigen Taten sich und die Kinder fotografiert und man fand auf seinem Handy und Tablet später Dutzende Missbrauchsfotos. Diese soll er sogar schon auf einen Mail-Account hochgeladen haben, damit er diese Bilder mit anderen austauschen konnte oder austauschen hätte können. Ob es dazu kam, ist mir leider nicht bekannt. Und die ganze Sache flog dann 2016 letztendlich auf, als die Mutter eines der Mädchen Verdacht geschöpft hat und Anzeige erstattet hatte. Und es sei zu mindestens 39 Taten gekommen und das nur an einem Mädchen. Weitere Taten wurden ihm dann noch ab August 2015 vorgeworfen. Er wird später zu vier Jahren Haft und einer Geldstrafe von 3000 Euro verurteilt. Das Gericht erklärte ihn für voll schuldfähig. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, er hat zwei Kinder missbraucht und bekommt eine vierjährige Haftstrafe, wo er vielleicht nach guter Führung noch entlassen wird. Ja, da fehlen mir dann auch wieder die Worte in dem Fall. Natürlich kam auch nach diesem Prozess auch nochmals die Frage auf, ob der Vater nicht doch mit dem Verschwinden von Mandy zu tun gehabt haben könnte. Und einen Zusammenhang zwischen ihrem Verschwinden und dem Missbrauch der beiden anderen Kinder sehe die Staatsanwaltschaft nicht. Parallelen zu ziehen wäre gewagt und spekulativ. Wir haben keine Fakten dazu, hieß es da von der Seite der Staatsanwaltschaft. Und ganz am Anfang der Folge hatte ich euch ja schon gesagt, dass mich dieser Fall auch sehr berührt. Denn Mandy ist scheinbar ja in absolut keinem guten Umfeld groß geworden. Und wer weiß, was sie vielleicht alles so in ihrem jungen Leben erleben musste. Ihr könnt euch denken, was ich damit meine oder meinen könnte. Die Polizei, die gibt die Hoffnung aber trotzdem nicht auf, den Fall vielleicht irgendwann noch aufzuklären, was mit Mandy passiert sein könnte. Man geht nicht davon aus, sie noch Leben zu finden. Und ganz ehrlich, wenn ich so diese familiären Verhältnisse mir anhöre, Vater, Schwager und so weiter, fällt es mir auch schwer zu glauben, dass Mandy noch leben könnte. Vielleicht ist sie auch in andere Kreise hineingeraten und erst dann was passiert. Ich denke, ihr könnt euch auch denken, was ich damit meine. Außer natürlich das Einzige, was ich noch ganz, ganz, ganz bisschen glauben oder nachvollziehen könnte, ist, dass sie einfach wegen ihrem schweren Lebens jetzt nicht mehr ausgehalten, familiär gesehen vielleicht auch abgehauen ist. Aber dann stellt man sich natürlich die Frage, wie soll eine 13-Jährige untertauchen, ohne Geld, ohne Ausweis. Das ist schon sehr, sehr unrealistisch, meiner Meinung nach. Aber wie auch in anderen Fällen, wird natürlich Mandys Akte immer mal wieder hervorgeholt. Und andere Ermittler beschäftigen sich dann mit diesem Fall nochmal, um Widersprüche zu finden, neue Anhaltspunkte und vielleicht irgendwann, ja, so diesen Fall noch lösen zu können. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig werden. Und Mandys Eltern übrigens, die haben Mandy für tot erklären lassen. Das ist ja hier in Deutschland nach zehn Jahren möglich. Als Todeszeitpunkt wurde der 11. April, also der Tag, wo sie verschwunden ist, um 0 Uhr festgesetzt. So der Beschluss des Amtsgerichtes. Und leider konnte ich euch auch nur wenig über Mandy als Menschen erzählen oder wie viele Geschwister sie insgesamt vielleicht hatte. Auch wenig über die Unternehmung der Polizei, weil da wirklich sehr, sehr dürftiges Material nur im Internet zu finden ist. Aber als ich mich ein wenig eben mit dem Fall beschäftigte und auch diese traurige familiäre Situation mitbekommen habe, da war für mich klar, ich werde euch definitiv mal über diesen vermissten Fall berichten, weil mir Mandy einfach so unsagbar leid tut. Wie gesagt, was sie mit 13 Jahren schon erlebt hat, das muss man wirklich als Teenager oder als Kind nicht erleben. Und sollte man auch im Erwachsenenalter nie erleben, Missbrauchstaten oder Vergewaltigung, wie auch immer. Und ich glaube, der Fall, der wird mich auch noch ein bisschen im Nachhinein beschäftigen. Und ich werde da immer mal wieder googeln, ob es vielleicht irgendwann Neuigkeiten dazu gibt. Ich würde mir sehr wünschen, dass der Fall irgendwann noch aufgeklärt wird und diejenigen, die für Mandys Verschwinden verantwortlich sind, auch zur Rechenschaft gezogen werden. Das war nun meine Falldarstellung für euch zum Fall Mandy Schmidt. Und mich würde mal interessieren, ob ihr überhaupt schon mal von dem Fall gehört habt, wenn ihr vielleicht nicht unbedingt aus Sachsen-Anhalt kommt zum Beispiel. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich würde mich, wie gesagt, freuen über ein Like, ein Kommentar für den Algorithmus oder vielleicht auch mal eine Teilung des Videos oder auch eben die Glocke aktivieren, dass ihr kein Video verpasst, bei YouTube zumindest. Genau. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Lia. Eure Lia. Eure Lia. Vielen Dank.